Das ganze Stadion hüpft Ole Ole, will Sie mir die Übersetzung erlauben? Das ganze Stadion hüpft Ole, will Sie mir die Übersetzung erlauben? Das ganze Stadion hüpft Ole, will Sie mir die Übersetzung erlauben? 3 zu 0, Aachen gegen Bayern, das darf nicht wahr sein, 3 zu 0, Marius Ebers. 2 zu 0, Marius Ebers. Rüber zu Lahm. Der Pokalsieger der letzten beiden Jahre. Schaffen es die Aachener den Ball zu halten, ein bisschen Ruhe in ihr Spiel zu bringen. Schlaudraff mit einer Einzelleistung. Schlaudraff, immer nur Schlaudraff! Unglaubliche Leistung des Nationalspielers. Das ist die Entscheidung. 4 zu 2 für Aachen. Ein Tollhaus hier. Das wird Ole Hötis auch gefallen haben. Er wird nochmal sicherlich versuchen nachzuverhandeln, dass der Mann früher kommt zu den Bayern. Der Tempo-Dribbling à la Bonheur. Internationale Klasse von Stagnol sich zu stoppen. 4 zu 2. Alemannia Aachen, das kann man glaube ich jetzt schon sagen, ohne dass die Nachspielzeit eingezeigt worden ist. Eben unter den letzten 3 Minuten jetzt noch. 3 Minuten noch. Manche historisch bewanderte Bayern-Spiele werden vielleicht daran denken, dass auch solche Vorsprünge verspielt werden können. 99 Champions League gegen Manchester United fällt einem immer dabei ein. Aber das wäre dann doch zu abenteuerlich. Eines der besten Pokalspiele, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Erste Minute der Nachspielzeit ist vorbei. Bleiben noch zwei. Der nächste Konter. Kein Abseits. Fjell. Regenkampf. Wieder mit einem butterweichen Bällchen. Der zweifache Torschütze. Lorenzio Regenkampf, der Blick auf die Uhr. Bei Michael Fronzek wird ihm sagen, dass noch anderthalb Minuten zu absolvieren sind. Anderthalb Minuten und das wäre dann die erste Niederlage von Felix Magath im Pokal als Trainer des FC Bayern München. Pizarro verzieht. Gäste Torschütze. 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 Untertitelung des ZDF, 2020